Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Wie die meisten von euch mittlerweile bestimmt wissen, ist das Sony Xperia Z IP57 zertifiziert, heißt es ist sowohl Staub als auch Wasser geschützt. Normalerweise halte ich von solchen Drop Tests, Water Resistance Tests und so weiter. Ihr wisst bestimmt, was ich meine, nicht besonders viel. Im Falle des Xperia Z ist es jetzt aber so, dass Sony das Ganze, also die Tatsache, dass es wassergeschützt ist, ja ziemlich aggressiv bewirbt und deshalb wollen wir im heutigen Video mal schauen, ob das wirklich so problemlos funktioniert. Ich habe hier eine Schale voll mit Wasser, ich habe hier ein Sony Xperia Z und ich würde sagen, wir machen das Ganze heute mal. Ich gehe zuerst mal in die Filme hinein und wir starten ein Video, dieses bekannte Promo Video, das ja schon vorab installiert ist. Und jetzt würde ich sagen, ihr seht, das Ganze läuft und ich lege das Xperia Z einfach mal hier hinein. Zoom auch noch etwas genauer ran. und mache das Ganze vor allen Dingen auch mal gerade. Und ihr seht schon, das Video spielt problemlos ab, also es scheint wirklich überhaupt keine Probleme zu haben. Wir warten das Ganze jetzt noch etwas ab. Aber ihr seht schon, das sieht wirklich ganz gut aus. Ich denke, wir haben genügend gesehen. Ich hole das Xperia Z jetzt mal wieder hier hinaus. Ist jetzt natürlich nass, aber auch da habe ich vorgesorgt. Wir haben hier natürlich ein Handtuch. Ihr seht, das Video spielt immer noch weiter. Wir machen es kurz sauber. und schauen mal, ob immer noch alles problemlos funktioniert. Ich gehe jetzt vor allen Dingen mal in die Kamera, denn all diejenigen, die schon mal so einen Wassertest gesehen haben, die werden wissen, gerade die Kamera geht danach meistens nicht mehr. Ist hier aber nicht der Fall, wie ihr sehen könnt. Wir können problemlos Bilder machen. Ihr seht es hier rechts oben. Das Bild wurde problemlos gemacht. Und auch wenn wir hier zurück in den Homescreen gehen, überhaupt kein Problem. Wir können uns frei bewegen. Scheint dem Xperia Z wirklich überhaupt nichts gemacht zu haben. Also das Ende vom Lied ist, Sony hat da wirklich nicht zu viel versprochen. Das Xperia Z scheint wirklich wasserdicht zu sein. Ist natürlich klasse. Ihr könnt damit jetzt allerhand Sachen machen. Müsst es nicht mit einem Mikrofasertuch reinigen, sondern könnt es direkt wie mit dem Wasser reinigen und so weiter. In diesem Sinne hoffe ich natürlich auch, dieses etwas andere Video hat euch ganz gut gefallen. Bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und sage wie immer Ciao. Bis zum nächsten Mal.